Ach Gott. Ich dachte, es geht nicht schlimmer und wollte eigentlich offline gehen und sehe, in dieser Minute hat Carsten Stahl ein neues Video hochgeladen. Carsten Stahl, Doppelpunkt. Ich wollte mich dazu nicht äußern, aber wer hat sie ermächtigt? Es geht um Annalena Baerbock, unsere Bundesaußenministerin. Er hat ja ein Problem mit den Grünen und ich wette, es geht um ihre Äußerung We are fighting a war with Russia im Kontext der europäischen Einigung, dass man sich nicht gegenseitig bekämpfen soll. Und dort werden die Fake News verbreitet, sie hätte Russland den Krieg erklärt und so ein Unsinn. Sie hat auch nicht gesagt, dass wir im Krieg mit Russland sind, sondern wir kämpfen einen Krieg, wie eine Auseinandersetzung. Dazu muss man aber Englisch können. Sie hätte sonst gesagt, we declared war against Russia. Das wäre eine Aussage gewesen, die das bedeutet. Aber er kann bestimmt kein Englisch. Wir gehen rein. Frau Baerbock! Oh nein! Warum? 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 Frau Baerbock! Wer ermächtigt Sie eigentlich, zu sagen, wir sind mit Russland im Krieg? Ob auf die Lieferung schwerer Waffen ein Atomkrieg folgen könnte, wissen wir nicht, erklärt die Bundesaußenministerin. Ich glaube, niemand auf der Welt außer Herr Putin... Sie hat das übrigens auch nicht gesagt. Wir sind nicht mit Russland im Krieg. Sie hat das nicht gesagt. Das, was Carsten Stahl dort sagt, ist gelogen. Sie hat nicht gestarrt, dass wir mit Russland im Krieg sind, sondern wir kämpfen einen Krieg. Wir kämpfen einen Krieg. Ein Ehekrieg. Ein, weiß ich nicht, um irgendwas, ist auch egal. Er wird einfach weiter lügen. Ich kann zu 100 Prozent sagen, wenn wir den Schritt gehen, dann passiert am nächsten Tag dieses. Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Wir müssen auch mehr im Bereich der Panzer tun, aber das Wichtigste ist, dass wir das gemeinsam tun. Und dass wir jetzt nicht uns gegenseitig Schuld zuweisen in Europa, weil wir einen Krieg gegen Russland führen und nicht gegeneinander. Scheuze warnt vor einem Krieg. Das ist einfach ein riesiger Unterschied. Ich habe das auf TikTok schon mal gestartet. Da kommen die ganzen Reichstrottel und Putin-Freunde. Es ist Krieg, es ist Krieg. Das sind die Ersten, die wegrennen. Das sind die größten Feiglinge, sind diese ganzen Putin-Fanboys. Wenn es heißt, es gibt Krieg, dann sind die aber ganz weit weg. Ich nicht, ich bin Reservist. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Ja, natürlich nicht, aber das ist auch unwahrscheinlich, dass es einen geben wird. Das ist absolut unwahrscheinlich. Und es ist noch unwahrscheinlicher geworden, um erstmal Klartext zu sprechen. Durch die Panzerlieferung der Leopard 2 und der Abram-Panzer wird ein Atomkrieg wesentlich unwahrscheinlicher. Würden wir die Ukraine nicht unterstützen, würden wir uns das eigene Grab schaufeln. Denn nach der Ukraine, und das hat Putin ja schon gezeigt und indirekt durch die Karten, die geleakt worden sind, über Weißrussland, über Belarus, offenbart, dass er weitergeht. Er geht weiter, bis auf den Balkan. Es interessiert ihn nicht. Die Ukraine ist eine Zwischenstation. Moldawien ist das nächste Ziel. Moldawien war als Überfallziel eingezeichnet in der offiziellen Kriegskarte der Russen, die aus Versehen durch Weißrussland geleakt wurde. Und die Krim war der erste Schritt. Wir haben es gesehen in Georgien. Haut man ihm nicht auf die Pfoten, macht er weiter. Die Ukraine ist der Test. Und jetzt ist Russland in der Situation, oder Putin, dass sie den Krieg militärisch nicht mehr gewinnen können. Das ist nicht mehr möglich. Laut Meinung aller Militärexperten. Auch wenn die ganzen Putin-Trolle es anders sehen. Die Lieferung von Leopard 2-Panzern durch die westlich zivilisierte Welt, durch die Länder, die hinter den Menschenrechten stehen, ist richtig und wichtig. Liefern wir es nicht, ist das nichts anderes als die Einladung, bis nach Deutschland durchzumarschieren. Und das sagen ja auch manche Kommentatoren im russischen Staatsfernsehen, dass man jetzt das Regierungsviertel in Deutschland bombardieren muss und sowas. Da sieht man mal, wie viel Diplomatie und man muss doch mit ihm reden, da noch möglich ist. Genau. Als erstes kommt dann Estland, Lettland, Litauen, Finnland. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Scholz argumentiert indirekt, dass Deutschland lieber keine deutschen Kampfpanzer liefern solle, um nicht das Risiko eines Atomkriegs mit Russland zu erhöhen. Ja, man kann aber seine Meinung auch ändern. Und Scholz hat die ganze Zeit leider blockiert, auch wegen Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, der die ganze Zeit Unsinn geredet hat. Und in den Worten von Konrad Adenauer, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern, Darf man nicht klüger werden? Carsten Stahl wird es offensichtlich nie. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Oh nee, oh nee, jetzt kommt dieser Mist. Und da hat er auch recht, es gab keine Impfpflicht und man will sie auch nicht einführen. Das war 21. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie mir. Das ist eine, also es wird einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Das hat er so nicht gesagt, das ist einfach gelogen. Das ist einfach Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Es geht hier unter anderem um Pflegeberufe und so. Und es gab eine Abstimmung, die ist halt gescheitert, die allgemeine Impfpflicht. Die deutsche Bundesregierung liefert Angriffspanzer in die Ukraine. Wisst ihr? Das ist übrigens, das ist 1 zu 1 AfD. Carsten Stahl übernimmt 1 zu 1 den Putin-Flügel der AfD. Das ist schlimmste Propaganda gegen die Interesse unseres Landes. Und er kann ab diesem Moment nicht mehr sagen, dass er Deutschland liebt. Ich halte ihn für einen Antipatrioten in dem Kontext. Überall auf dieser Welt gibt es Krieg. Immer und immer wieder. Dass Menschen nicht in Frieden leben können, ist... Das liegt unter anderem daran, dass es Länder gibt, die andere Länder überfallen, weil sie wissen, dass ihnen keine Konsequenzen drohen, wie zum Beispiel die Türkei. Wenn aber eine gewisse Abschreckung vorhanden ist, überlegt sich Putin zweimal, wen er überfällt oder als nächstes. Deswegen gab es ja auch die gegenseitige Abschreckung der beiden großen Blöcke, der NATO und des Warschauer Paktes. Es ist einfach nur unerträglich dumm, was er da von sich gibt. Unerträglich. Ja, genau. Unerträglich dumm. Dieser Krieg ist direkt in einer unmittelbaren Nähe von uns. Meine Einstellung zum Krieg ist, es gibt nur Verlierer. Und deswegen soll man also die Frauen und Kinder in der Ukraine alleine lassen und sie alle vergewaltigen lassen. Im Video davor erzählt er noch, dass man etwas gegen Menschen machen muss, die morden und vergewaltigen. Da brüllt er noch rum, warum macht denn keiner was? Jetzt haben wir in der Nachbarschaft einen Staatspräsidenten namens Putin, der mordet und vergewaltigt. Und auf einmal ist der Kinderschützer Carsten Stahl ganz weit weg. Sind ja keine deutschen Kinder. Sind ja nur Ostblock. Sind ja nur diese slawischen Völker, wie man früher gesagt hat. Sowas widerwärtiges. Beiden Seiten. Einen Krieg kann eigentlich niemand gewinnen. Es gibt immer Verlierer. Ach so, beide Seiten. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, dann ist die Frau mit schuld, weil sie einen kurzen Rock getragen hat. Danke, Carsten Stahl. Und wisst ihr, wenn zwei Menschen sich streiten und mit Fäusten aufeinander losgehen, dann ist es schon schlimm. Es streiten sich aber nicht zwei Menschen. Da hat ein anderes Land den anderen überfallen. Da haben wir den Typen, den sogenannten staatenlosen Palästinenser, den er ja in seinem letzten Video erwähnt hat, der im Zug auf Leute einsticht. Und dann gibt es die Opfer. Und Carsten Stahl sagt jetzt tatsächlich, dass die Opfer dran schuld sind, wenn sie erstochen werden. Sie seien Mitschuld. Das sind ja zwei Seiten. Was ist denn in dem Oberstübchen kaputt? Da reicht noch nicht mal dieser Kotzkübel. Den will ich nach ihm werfen. Wenn man Biden da noch nach Waffen hinschmeißt, dann wer... Man wirft doch nicht Biden die Waffen. Ach du, komm. Das ist... Es ist unglaublich. Man gibt einem Menschen, damit er sich verteidigen kann, eine Waffe, damit er nicht vergewaltigt wird. Und er sagt, warum machst du das? Lass doch zugucken. ...diese Waffen benutzen. Und es wird tödlich enden. Unser Bundeskanzler sagt, es sind schwere Momente und wir sollen ihm vertrauen. Keiner. Keiner, der noch bei Verstand... So ein Schwurblau. Und er redet von Verstand. Es traut ihn. Bei so vielen Dingen, die sie gesagt haben oder die sie vergessen haben, kann man ihnen noch trauen. Sie sprechen für uns, nicht für mich. Sie entscheiden hier etwas. Und diese... Guter Kommentar. Hier schreibt BBF. Sowas passiert, wenn einfach gestrickte, ehemalige Schlägertypen auf einmal denken, sie könnten einen auf Meinungsblogger machen. Genau so ist es. Carsten Stahl, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der wahrscheinlich noch nicht mal weiß, wie man Ukraine schreibt, steht auf einem Mittelstreifen in Berlin und brüllt Putin-Propaganda herum. Die Bundesregierung entscheidet etwas, das eine ganz große Konsequenz haben kann. Ihr wisst nicht, was passiert. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß bloß, was ich höre, dass dort auch unter einem Atomwaffeneinsatz gedroht wird. Und er gibt... Ein dumm Kopf. Diskussionen. Ach, das ist unwahrscheinlich. Das wird er nicht tun. Wenn es doch ist, dann ist es halt so. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. So einfach ist es. Wenn wir bei dem Kampf um unsere Freiheit, ums Leben kommen, dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Was ist, wenn doch... Ihr sitzt dann in euren Bunkern, während hier ein Atomkiek oder ein Angriffskiek tobt? Frau Bärbel... Ist das dumm. Ist das unglaublich dumm. Wer ermächtigt Sie eigentlich? Das deutsche Volk, weil sie gewählt worden ist. Der Bundestag wurde durch den Souverän gewählt. Das deutsche Volk hat den Bundestag aufgestellt. Es wurde eine Koalition gegründet. Der Regierungsschiff heißt Olaf Scholz. Und der hat ein Kabinett aufgestellt, welches ernannt worden ist von unserem Bundespräsidenten. So funktioniert unser System, Herr Stahl. Zu sagen, wir sind mit Russland im Krieg. Sie... Nein, hat sie nicht gesagt. Wir führen einen Krieg. Einen Krieg. Nicht Krieg. Sie können das für sich vielleicht sagen, aber sie haben nicht das Recht für mich oder für viele andere zu sprechen. Dann hau doch ab, wenn du so feige bist. Hau doch ab aus dem Land. Geh doch nach Moskau. Dieses hassverzerrte Gesicht. Dann soll er doch gehen. Niemand hindert ihn, hier zu bleiben. Dann geh doch nach Moskau, Putin-Knecht. Flüge gehen. Du musst über Istanbul fliegen. Einfach. Berlin, Brandenburg, Willy Brandt Flughafen, Sun Express, ab nach Istanbul und von Istanbul gehen direkt Flüge nach Moskau. Schönes Leben. Was bilden Sie sich eigentlich ein, da den Maul aufzumachen und solche Worte von sich zu tun? Der Einzige, der hier einen Maul hat und rumpult, ist er. Was bildet ihr euch überhaupt ein, für uns zu entscheiden, ohne uns zu fragen? Genau diese... Wir wurden gefragt. Bundestagswahl nennt sich das. Diese Entscheidungen sind es, die normalerweise die Bürger entscheiden müssen. Denn wir sind die, die die Opfer tragen. Nein, ihr entscheidet. Und deshalb ist für mich die Politik nur noch eine Farce. Die Bürger müssten mit Bürgerentscheidern entscheiden. Ich will auch gerne mal wissen, woher Carsten Stahl sein Geld bekommt. So eine Inbrunst, wie er hier auftritt. Ob es dort Bezahlungen gibt aus Quellen. Es gibt ja genügend Interesse, hier Deutschland zu destabilisieren. Und Gelder kommen aus Moskau. Russia Today ist nur so ein Beispiel. Ich kann es nicht beweisen, aber irgendwo ist einfach mal, ist es einfach too much. Er macht so harte Kreml-Propaganda. Lügen-Propaganda. Er lügt und lügt und lügt. Was sie wollen. Und dann werden wir vielleicht nie in dieser Inflation, hätten nie einschneidenden Maßnahmen... Doch der arme Carsten kann sich keine Gänseleber-Pastete mehr kaufen im KDW. Und der Kaviar ist so teuer geworden. Ach, dann sollen halt die Frauen und Kinder in der Ukraine sterben. Für jede Frau, die in der Ukraine vergewaltigt wird, kriegt der Carsten Rabatt im KDW dann, oder wie? ... gehabt in der Pandemie. Und wir würden jetzt vielleicht nicht an diesem Abgrund stehen. Und wir stehen an einem Abgrund, egal. Er steht am geistigen Abgrund. Wie ihr das ausmalt. Krieg ist das Schlimmste. Jetzt bekommt der... Ja, genau. Und Carsten Stahl ist ein Kriegstreiber. ... Präsident von der Ukraine, das, was er möchte. Aber er fordert doch schon mehr. Er fordert doch auch Langstreckenraketen und Flugzeuge. Er weiß noch nicht mal, was eine Langstreckenrakete ist. Und natürlich will er den Luftraum schützen. Das ist die Aufgabe als Staatspräsident, wenn sein Land angegriffen wird. Er ist nicht der Täter. Es gab das Minsker Abkommen. Nein. Die Ukraine hatte Atomwaffen. Diese hat sie aufgegeben. Und als Gegenwert dafür, dass sie keine Atommacht ist, hat sie von Russland die Souveränität zugesprochen bekommen, die hundertprozentige, dass sie nie angegriffen wird. Und er faselt was von Langstreckenraketen. Was für Langstreckenraketen. Die Ukraine will die USA doch nicht bombardieren. Kriegt er das auch? Damit könnte er denn direkt ins Land angreifen, sich nicht nur verteidigen. Nein, das ist auch Verteidigung. Ins Land verteidigen. Wenn man Truppen dort hat, ist das eine Verteidigung. Was labert der denn für einen Unsinn? Was würde Carsten Stahl denn sagen, wenn Deutschland angegriffen wird? Sagen wir mal von Holland. Und jemand sagt, jetzt schießt aber nicht auf holländisches Territorium. Und dann sagt er, wieso? Ich bin Carsten Stahl. Ein Bürger und Vater. Und es muss ja mal gesagt werden, dass die verdammten Carsten Stahl angegriffen werden. Wer denn auch dazu bereit und sagt, dass nichts passiert? Ihr sagt auch, dieser Mann Putin. Ja, gegen Holland würden wir verlieren. Würde nichts tun. Der hat doch aber nichts mehr zu verlieren. Wenn Leute sogar von Kriegstribunal sprechen, der hat doch nichts zu verlieren. Mir macht das Angst. Und vielen Bürgern... Ja, weil du ein Schisser bist. Du bist einfach ein Schisser. Was dich hier eingenässt auf dem Mittelstreifen. Auch. Ihr entscheidet, ohne uns zu fragen. Fakt ist, das ist ein trauriger, ein beschämender Tag für unser Land. Fakt ist, vor allen Dingen für das, was wir nach dem Krieg versprochen, geschworen und für was wir eingestanden haben. Was? Frieden. Ja, richtig. Frieden. Und zwar nicht grenzenloser dummer Pazifismus, wo wir jedem Despoten sagen, ja, überfalle uns. Es ist einfach nur erbärmlich. Erbärmlich. Carsten Stahl ist eine so erbärmliche, peinliche Figur. Und ich bin keineswegs beleidigend, Duke. Keineswegs. Ich finde, er ist erbärmlich und ein Feigling. Das ist keine Beleidigung für das, was er da von sich gibt. Und ich hoffe, er verklagt mich dafür. Das ziehe ich durch. Nie wieder Waffen. Und dafür nehme ich mir sogar einen Kredit auf. Da brauche ich auch nicht mal um Geld fragen. Ins Ausland. Nie wieder Waffenlieferungen. Kein Krieg von deutschem Boden. All diese Dinge wurden gesagt. Eine grüne, olivgrüne Partei. Herr Hofreiter, Sie vor allen Dingen. Nie was ihr leistet. Und jetzt schreien. Was hat das denn damit zu tun, wenn Leute vernünftige Politik machen? Und ich muss sagen, die Grünen haben in Bezug auf die Ukraine ordentliche Politik gemacht. Gerade Sie, solche Dinge zusammen mit anderen, es ist unfassbar. Das hat eigentlich krassen Schlag geleistet. Gar nichts, außer rumzubrüllen. Gar nichts. Das ist unfassbar, was ihr euch anmaßt und einbildet. Und ich kann nur immer wieder appellieren, an alle, an alle, an einen Präsident Putin, an einen Präsident Zelensky, setzt euch zusammen an einen Tisch und redet. Wie ist denn die Nummer des Kremls? So, da ist die Nummer. Carsten Stahl, wenn Carsten Stahl, die sollen sich zusammensetzen an einen Tisch, dann wird das ja wohl, wird das ja wohl stimmen. Dann machen wir das doch mal. Das ist die Nummer, die ist in Moskau. 007. Diese Ansage war für Sie kostenlos. Wie dauert denn das? Nimmt der endlich ab? Also, muss ich enttäuschen, Carsten. Kreml hebt nicht ab. Ich habe angerufen, das ist die Nummer des Kremls. 007495 697 0349. Tut mir leid, also, daran liegt es anscheinend. Das liegt an so an Putin, denn der hebt das Telefon nicht ab. Sonst hätten sich bestimmt alle schon an einen Tisch gesetzt. Wir heuern ja alle auf Carsten Stahl. Ich habe versucht, Putin anzurufen. Lieber Carsten, er hebt nicht ab. Vielleicht hast du bessere Kontakte. Ich versuche es vielleicht morgen nochmal. Vielleicht auch Wochenende. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht, um jetzt zwischen der Ukraine und Putin Frieden zu sorgen. Soll ich auch gleich noch bei Zelensky anrufen? Der hebt bestimmt ab. Wie ist denn die Nummer? So, wie heißt denn dort die Regierung? Wie kriege ich das? Rufnummer. Regierung. Ukraine. Ukraine in Kiew. Ist jemand die Nummer? So, da haben wir sie. Da klingelt es zumindest. Die falsche Nummer. Das war das Auswärtige Amt. Warte mal. Nehmen wir nochmal direkt Zelensky. Ah, Präsidialamt. Sorry, ich habe die falsche Nummer gehabt. Scheint nicht gut zu sein, die Leitung. Vielleicht Stromausfall. Schade. Aber es hat zumindest, in der Ukraine hat es geklingelt. In Moskau komme ich gar nicht durch. Jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwo beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Hey, er hat den Kreml angerufen und in Kiew. Oh Gott. Ne, aber soll denn dieses dumme Geschwätz von Carsten Stahl? Das war jetzt auch ein Scherz. Redet schafft Frieden. Krieg schafft nur Mord und Totschlag. Und es gibt keine Gewinner. Und für unsere... Ach ja, und wie beendet man den Krieg, indem man kapituliert? Na gut, das ist Carsten Stahl. Bundesregierung, ihr habt so viel zerstört schon. Wo? Und jetzt geht ihr auch noch diesen Schritt. Sie werden in die Geschichte eingehen, Herr Scholz. Ob sie darauf stolz sein können, ist... Wie jeder Bundeskanzler in die Geschichte eingeht. Das ist eine andere Geschichte. Ich kann nur sagen, wir sollten uns alle besinnen. Und eine Sache müsst ihr euch klar sein, liebe Bundesregierung. Sollte hier irgendjemand doch wirklich dann in unserem Land durch irgend welche Auswirkungen davon sterben, tragt ihr die Verantwortung. Sollt meine Kinder dadurch sterben und ich es überleben, dann ist nicht Herr Putin für mich der Feind in erster Linie. Sondern jetzt sind die, die die Entscheidung getroffen haben. So ein feiger Mensch. So ein feiger Mensch. Aber ich glaube, dass viele in unserem Land euch dann zur Rechenschaft ziehen wollen und werden. Mit Garantie. Aber wir sollen ihnen ja vertrauen, Herr Scholz. Naja, Vertrauen ist eine tolle Sache. Wenn die Menschen sich das Vertrauen verdient haben und auch bewiesen haben, dass man ihnen vertrauen kann. Das haben sie nicht. Das hat Frau Werbeck nicht. Das hat die ganze Bundesregierung nicht. Aber ich hoffe und vielleicht sollten wir beten, dass wir alle zur Vernunft kommen und dass dieser Krieg aufhört. Und ich frage mich eigentlich... Ach ja, mit beten. Mit beten funktioniert es. Immer nur eins. Wer gewinnt eigentlich bei der ganzen Nummer? Wer ist derjenige, der hier gewinnt? Wer schafft den meisten Profit dadurch? Oh nein, jetzt bitte nicht wieder irgendwelchen Antisemitismus oder Verschwörungserzählung über Rüstung. Oh nein. Wir sind es garantiert nicht. Denn was wir und viele andere durch diesen Krieg verlieren, das ist immens. Von der Menschlichkeit mal ganz abgesehen. Und deshalb für diesen Tag... Nicht die nächste. Er hat die gleiche Kerze. Er hat die andere ausgepustet. Das ist die Kerze aus dem ersten Video. Denn da ist er dort benutzt. Der hat einfach die Kerze für die Opfer des Messerangriffs ausgepustet. Diesen traurigen Tag in unserem Land, was mal geschworen und versprochen hat, dass nie wieder solche Dinge passieren, kann ich nur eine Kerze anzünden. Das ist einfach... Einfach nicht mal eine neue Kerze. Er hat einfach eine Secondhand-Gebrauchtkerze, weil er die andere ausgepustet hat, statt sie irgendwo hinzustellen. Da sieht man mal, wie sehr er sich für die Menschen interessiert. Eine Kerze für die Trauer und eine Kerze für die Hoffnung, dass der Krieg schnell, schnell, hoffentlich bald vorbei ist und dass keine Menschen mehr sterben. Kleine Anmerkung übrigens. Hitler wurde auch nicht mit schönen Worten besiegt. Das waren auch Waffen. Da kamen nämlich dann die Amis und die Engländer und die Franzosen, ein bisschen die Franzosen und all die anderen Alliierten. Die Australier, die Kanadier. Die kamen alle mit Waffen, um dem Herrn Hitler auf die Deckel zu klopfen, auf den Kopf zu hauen. Aber da hätte Carsten Stahl wahrscheinlich in der Normandie eine Kerze angezündet und wäre dann im Schwerfeuer der Wehrmacht abgeknallt worden. Und vielleicht könnten alle mal auf ihr Herz hören und nicht nur auf ihre Macht und Geldgier interessen. Es ist unerträglich, was Menschen sich auf dieser Welt antun, egal woher. Ehrenmann, der gerade gehupt hat. Es ist nur auch immer wieder erstaunlich, dass es woanders Kriege gibt, wo keiner drüber redet und keiner sich einsetzt. Aber hier machen wir... Oh ja, die anderen... Weil es vor unserer Haustür ist. Weil der Krieg vor unserer Haustür ist. Da interessiert er uns besonders. Mann, was interessiert mich denn... Ach komm. Was für eine Doppelmoral. Von Menschen, die gar keine Moral haben. Ich wünsche uns allen, dass das hoffentlich nicht... Er rede von Moral. Da passt wirklich der Spruch. Ist das Hirn zu kurz gekommen, wird gern die Moral genommen. ...zukommt, dass noch mehr Menschen sterben. Und dass der Krieg zu uns in unser Land kommt. Er sollte nirgendswo auf dieser Welt sein. Nirgendswo. 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 Scheiß doch noch lauter. Danke. Danke, dass jetzt... Empfehlen. Welt TV. Blitzkrieg. Hitlers perfide Kriegstrategie als Empfehler. Ich liebe euch, YouTube. Der Algorithmus hat gerade so reingehauen. Danke, YouTube. Ich küsse euer Herz. Das war einfach... Das hat einfach gepasst. Ein Blitzkrieg. Was ist eure Meinung dazu? Ich hab's kaum ausgehalten. Das waren... Ich hab wirklich starke Schmerzen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.